Herzlich willkommen zur Asklepios-Informationssendung. Ein Baby zur Welt zu bringen, das ist das Natürlichste der Erde, so heißt es immer. Aber eine Kleinigkeit ist es deshalb noch lange nicht. Kinder kriegen, das ist Vertrauenssache. Da braucht es den richtigen Arzt, die richtige Hebamme, das richtige Krankenhaus. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Oliver Heine. Er ist Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Asklepios-Klinik in Wandsbeck. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Heine. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir, was ist für Sie besonders wichtig, wenn es darum geht, eine werdende Mutter zu betreuen? Für uns steht an vorderster Stelle die Sicherheit. Sicherheit ist die Voraussetzung Sicherheit für Mutter und Kind. Aber die moderne Geburtshilfe geht noch einen ganzen Schritt weiter. Es geht auch darum, den Eltern ein Geburtserlebnis zu vermitteln, Zuwendung zu erfahren, letztlich die ganzheitliche Betreuung. Und unsere Klinik ist eher eine der kleineren Kliniken hier in Hamburg mit etwa 1000 Geburten. Aber wir haben sehr motiviertes Personal, sehr motivierte Hebammen. Und wir garantieren unter der Geburt eigentlich die 1-zu-1-Betreuung. Das heißt, eine Hebamme betreut möglichst eine kreisende. Also kein Wechsel. Kein Wechsel, kein Wechsel. Natürlich arbeiten unsere Hebammen im Schichtdienst, aber wie gesagt, das ist an sich das Ziel, was wir haben. Die 1-zu-1-Betreuung und der Personalschlüssel ist entsprechend auch ausgestattet, dass wir also auch bei unserer Geburtenzeit das auch wirklich realisieren können. Ja, diese Individualität, das ist sicherlich schon eine sehr angenehme Vorstellung, dass ich eine einzelne Hebamme habe, zu der ich ja mit der Zeit auch Vertrauen aufbauen kann. Setzt es voraus, dass ich Deutsch spreche? Unser Team ist international, sowohl im ärztlichen Bereich als auch im Hebammenbereich. Und gerade Wandsbeck hat ja doch ein sehr internationales Einzugsgebiet. Und da ist es eben auch wirklich wichtig, um auch dort im sprachlichen Individualität zu bieten, dass man eben auch die entsprechenden Sprachen der verschiedenen, ich sage Volksgruppen, einfach anbietet. Also Englisch auf jeden Fall. Englisch auf jeden Fall. Wir haben polnische Hebammen, wir haben russisch sprechende Hebammen, wir haben türkisch sprechende Hebammen, wir haben afghanisch sprechende Hebammen. Und insofern also wären wir unserem Einzugsgebiet, denke ich, in der Hinsicht sehr gerecht. Ja, und diese gesamte Betreuung, von der Sie sprechen, da geht es ja auch darum, Mutter und Kind oder die Familie und das Kind möglichst schnell zusammenzubringen. Wie können Sie das denn, was können Sie da denn anbieten? Vor Jahren ist das ja noch kontrovers diskutiert worden, was machen Väter im Kreißsaal. Das ist heutzutage Standard. Ja, vorhin sind die einen Tricken gegangen währenddessen. Die sind einen Tricken gegangen, ja. Und die ersten Väter sind auch mal kollabiert. Ja, mächtig geworden. Mittlerweile sind die sehr gut adaptiert. Aber wir möchten ja die Väter noch aktiver mit ins Boot nehmen. Und das ist die Erfahrung so der letzten Jahre. Und das wurde auch in unserer Klinik sehr gut angenommen, dass wir also auch die Väter mit auf der Wochenstation aufnehmen. Wir bieten dort das Daddy-In an, in entsprechend ausstaffierten Familienzimmern, wozu sagen die Väter sofort mit in die Betreuung ihres gemeinsamen Kindes mit einbezogen werden. Stelle ich mir das dann vor wie ein Krankenzimmer mit einem zweiten Bett und dem Babybett dazu? Nein, das ist ein sehr nett, ausschlafierter Familienzimmer mit einem Doppelbett, mit Sternenhimmel. Wirklich sehr, sehr ansprechend an sich Hotelcharakter. Und ja, davon haben wir momentan leider nur zwei. Aber wir bieten auch den Eltern, die den Wunsch nach diesem Daddy-In haben, die normalen Patientenzimmer an, wo wir dann einfach auch zwei Betten zusammenrücken, sodass also auch eine ähnliche Atmosphäre entstehen kann. Und den Eltern ist einfach wichtig, diese Gemeinsamkeit. Die legen gar nicht so sehr Wert auf diese Räumlichkeit. Aber es ist natürlich schön, wenn man diese entsprechenden Zimmer vorhalten kann. Wir haben ja jetzt in Kürze unseren neuen Kreißsaal. Und da können wir eigentlich sagen, dass jedes dieser Zimmer als Familienzimmer durchaus geeignet ist. Ah, denn so eine Geburt lässt sich ja vielleicht auch nicht auf den Tag genau planen. Jetzt im Gegensatz zu einem Urlaub zum Beispiel, sodass man sich ja dann unter Umständen die Frage stellt als werdende Mutter, was mache ich denn dann, bekomme ich, kann dann mein Mann noch dazu oder mein Lebensgefährte, der Vater des Kindes oder ist dann die Chance vorbei? Natürlich sind diese Zimmer nicht zu buchen. Aber in dem Moment, wo die Eltern kommen und sie hegen den Wunsch nach Familienzimmer, versuchen wir das schon so zu arrangieren, dass das also auch immer möglich sein wird. Dieser neue Kreißsaal, wie stelle ich mir den vor? Schick, modern, ansprechend. Er bietet alle Möglichkeiten der modernen Geburtshilfe, angefangen von der Wassergeburt über die normale Landgeburt, sage ich mal. Alle Möglichkeiten der Geburtserleichterung in der für die Mütter sehr anstrengenden Wehenphase, ob das jetzt Bälle sind, Seile, Sprossenwand, Entspannungsbad. Also das, was ein moderner Kreißsaal heutzutage bietet, haben wir ja dort in entsprechender auch netter räumlicher Atmosphäre. Ja, diese Geburt jenseits der Konvention, drücke ich es mal so aus, ist das etwas, was zunehmend nachgefragt wird oder bleibt das immer so etwas sehr Spezielles? Was machen Sie jenseits der Konvention? Naja, wenn Sie sprechen, also eine Geburt, bei der das Kind unter Wasser geboren wird, ist ja noch etwas, was man sich mittlerweile durchaus vorstellen kann. Aber Sie sprechen von Petsibellen, Sie sprechen von Sprossenwänden. Das sind Maßnahmen zur Geburtserleichterung, das ist Konvention, das ist nicht jenseits der Konvention, das ist einfach moderne Geburtshilfe. Ja, genau. Und wird dann auch entsprechend angenommen wahrscheinlich? Ja, natürlich. Die Nachfrage ist da und viele der Schwangeren, die zu uns kommen, sind schon durch entsprechende Vorstellungen geprägt im Rahmen der Geburtsvorbereitungskurse und möchten natürlich das eine oder andere ausprobieren, aber auch da sage ich den Müttern, also es kommt nicht darauf hin, jedes Verfahren, jede Methode durchzuprobieren der Geburtserleichterung, sondern sie sollen einfach die Position, Gebärposition auswählen, die ihnen am bequemsten erscheint und dann ihr Kind bekommen. Ja, natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch das Kind noch ein Wörtchen bei mir mitredet, in welcher Art und Weise es zur Welt kommt. Ich möchte jetzt kommen auf das Thema Risikogeburten. Man hat ja lange gesagt, also eine Frau, die Ende 30 ist, ist automatisch eine Risikogeburt. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Was ist für Sie eine Risikogeburt, wo man besonders genau hinschauen muss? Also der Altersfaktor spielt schon eine gewisse Rolle, weil es ist einfach so, dass ab 30 noch nicht, aber ab 35, 40 doch einfach auch internistische Begleiterkrankungen, Bluthochdruck oder auch Diabetes häufiger einfach auftreten. Und diese Erkrankungen haben auch einen Einfluss auf den Schwangerschaftsverlauf möglicherweise und dann natürlich auch auf das Kind. Und insofern hat man rein statistisch ein höheres Risiko bei Müttern über 35, dass diese bestimmte Schwangerschaftserkrankungen erfahren. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass mir an sich die Schwangeren über 35 sozusagen fast die liebsten Schwangeren sind, weil die sehr bewusst mit ihrer Schwangerschaft umgehen und damit das Risiko, dieses rein statistische Risiko schon relativieren durch den bewussten Umgang. Die ernähren sich bewusst, die bewegen sich aktiv, sodass also wirklich die Schwangerschaft normal verläuft. Aber eben sprachen Sie an Bluthochdruck und Diabetes, wobei bei Diabetes man ja glaube ich unterscheiden muss zwischen der Diabetes, die man bekommt in der Schwangerschaft und der, die man schon mitbringt in die Schwangerschaft. Und ich glaube, Ihnen geht das eher um die Letztere, richtig? An sich um beides. Oh, aha. Um beides. Wo ist das Risiko? Diabetische Schwangere haben ein Übangebot an Glucose, also an Zucker. Und dieser Zucker führt dazu, dass die Kinder entsprechend auch schneller wachsen, kräftiger werden, aber dabei trotzdem unreif sind. Und insofern hat man hier zwei Problemkreise. Das eine ist der Schwangerschaftsverlauf, das heißt die Versorgung des Kindes während der Schwangerschaft, weil Diabetes macht Gefäßveränderungen, aber auch nur, wenn der nicht gut eingestellt ist. Wenn der Diabetes gut eingestellt ist, sei es durch Insulin, sei es durch Diät, ist das Risiko der Schwangerschaft nicht erhöht gegenüber einer nicht-diabetischen Mutter. Und zum anderen sind das während der Geburt rein geburtsmechanische Probleme, weil diabetische Kinder im Durchschnitt doch deutlich größer sind als die Kinder nicht-diabetischer Mütter. Und was heißt das für Sie, also sowohl für die Überwachung als auch dann für die Geburt selbst? Wir müssen natürlich diese Schwangeren intensiv überwachen. Das heißt, es werden regelmäßig Unterscheidkontrollen, Wachstumskontrollen beim Kind durchgeführt, es werden Durchblutungsmessungen durchgeführt. Und dann entscheidet man ganz individuell, je nach Risikofaktoren, je nach Kindsentwicklung, je nach mütterlichem Befinden, wann die Geburt herbeigeführt werden muss. Oder ob man einfach zuwarten kann, bis dann am Termin die Wehen einsetzen. Auf eine andere Form der Schwierigkeit, möchte ich noch zu sprechen kommen, das ist die Beckenendlage. Also es muss ja nicht so sein, dass das Baby schon mit dem Kopf voran so liegt, wie es liegen soll. Es passiert ja auch, dass es mit den Füßen zuerst passiert. Passiert das eigentlich oft? Fünf Prozent. Fünf Prozent der Kinder liegen in Beckenendlage. Es gibt verschiedene Varianten der Beckenendlage. Und wir sind ja auch eine der Kliniken hier in Hamburg, also eine von zwei oder dreien, die wirklich aktiv die vaginale Beckenendlagengeburt praktizieren, weil wir über das entsprechende Know-how verfügen. Wir verfügen über fünf Oberärzte. Jeder dieser Oberärzte ist mit der Beckenendlageninbindung vertraut, sodass wir am Ende sagen können, dass die Beckenendlagengeburt genauso sicher verläuft wie die Schädelagengeburt. Also das heißt, Sie drehen das Kind dann nicht, aber Sie könnten es? Das wäre jetzt eine Option, die sogenannte äußere Wendung. Die meisten Kinder, also 50 Prozent der Kinder befinden sich in der 34. Woche in Schädelage, 50 Prozent in Beckenendlage. Ab der 36. und 37. Woche positionieren die sich in der endgültigen Geburtslage. Und wenn man jetzt genügend Fruchtwasser hat, keine Nabelschnurmschlingung beim Kind vorliegt, kann man durchaus versuchen, in der 37. und 38. Woche das Kind durch sanften Druck von außen vorsichtig in die Schädelage zu drehen. Die Erfolgsquote liegt bei etwa 70 Prozent. Und insofern ist das eigentlich eine gute Alternative, um auch den Müttern einfach den Kaiserschnitt zu ersparen. Genau. Aber Sie könnten auch in der Beckenendlage gebären, die Mütter. Die Kinder, die sich nicht drehen lassen, die können natürlich auch normal entbunden werden. Oder wenn die Mütter sagen, das ist ja einfach das, was in den Köpfen so kreist, Beckenendlage, ganz furchtbar, Risiko gebührt. Es passiert viel, Sauerstoffunterversorgung, alles Mögliche, kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung nicht bestätigen. Ich habe immer in Kliniken gearbeitet, wo viele Beckenendlagen vaginal entbunden wurden. Und bei entsprechender Risikoselektion, also nach Ultraschall, ist die Beckenendlage gebührt einfach auch ein sicheres Entbindungsverfahren, was man den Eltern durchaus anbieten kann. Muss die werdende Mutter Angst haben, sich da auf etwas eingelassen zu haben, was sie dann nicht mehr rückgängig machen kann? Nein, also unter der Geburt wird ja mit den Eltern, mit der Mutter eng kommuniziert. Und wir gehen sowieso auf ihre Wünsche ein. Und wenn wir merken, beide Seiten, Mutter und wir als betreuende Ärzte, es passt nicht, dann können wir jederzeit auch bei der Beckenendlage-Geburt abbrechen und dann auch den Kaiserschnitt wählen, wenn er denn indiziert oder gewünscht ist. Ja, vielleicht noch so ein Wort zum Kaiserschnitt. Und das ist ja, man hat ja das Gefühl gehabt, das ist so ein kleines bisschen Mode geworden, per Kaiserschnitt die Kinder zu gebären, aus verschiedenen Gründen, komfortablen Gründen, also die nicht unbedingt medizinisch induziert sind. So hört man das immer wieder. Ja, es ist in der Tat so. In der Zeit, wo ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, vor etwa 25 Jahren, lag die Kaiserschnittquote noch bei 7, 8 Prozent. Heute sind wir in Deutschland deutlich höher, bei etwa 30 Prozent. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Es ist zum einen die Risikogeburtshilfe, die dazu führt, dass einfach mehr Kaiserschnitte gemacht werden. Es ist zum anderen aber auch der Wunsch der Eltern, die Angst haben, die Mütter, die Angst haben, dass ihnen unter der Geburt was passiert, dass ihrem Kind was passiert. Die entscheiden sich primär für den Kaiserschnitt. Und dann wären wir auch eingeholt durch die ganze Welle der Frauen, die vor Jahren schon mal den Kaiserschnitt hatten. Und dann muss man wissen, dass diese Narben, die dann entstanden sind nach dem ersten Kaiserschnitt, einfach nicht so stabil sind und auch reißen können, sodass also auch diese Frauen eher wiederholt aus diesen Gründen zum Kaiserschnitt neigen. Ja, genau. Das war eigentlich meine Bitte sozusagen um ein Schlusswort. Es ist ja bekannt, dass Ärzte sagen, Kaiserschnitt, ja, hat seinen Sinn, aber nicht, wenn man noch die Wahl hat. Was spricht gegen einen Kaiserschnitt? Der Kaiserschnitt ist eine richtige Operation mit Narkose, das heißt auch meist Spinalanästhesie, aber trotzdem, es wird Gewebe zerschnitten, es kann luten, es kann Infektionen geben, es kann Wundheilungsstörungen geben. Das ist der eine Aspekt. Natürlich ist heutzutage in der modernen Geburtshilfe der Kaiserschnitten ein sehr sicheres Verfahren. Also hier muss man jetzt keine übertriebenen Ängste schüren. Aber man muss darüber reden, dass es einfach diese Risiken gibt. Und wenn es die Thrombose ist oder die Embolie, die einfach beim Kaiserschnitt, nach Kaiserschnitt viel häufiger auftritt. Insofern ist also auch für uns als Klinik die natürliche Geburt einfach die erste Wahl. Außerdem gibt es ja eine Narbe, die im Körper entsteht. Welche Rolle spielt die bei weiteren Geburt? Und die Narbe ist das Folgeproblem für nachfolgende Schwangerschaften, weil die Narbe kann reißen. In der Schwangerschaft, gut, das ist eher selten. Unter der Geburt kann diese Narbe reißen. Die Plazenta kann dort einwachsen, also der Mutterkuchen. Das kann zu einer schlechteren Versorgung führen. Es kann aber auch anders sein, dass der Mutterkuchen sich vorzeitig ablöst, was die absolute Katastrophe für das Kind ist. 20 Prozent der Plazenta, sobald die sich ablösen, stirbt das Kind. Und man muss großes Glück haben. Man kann dabei stehen, um das Kind noch zu retten. Ansonsten hat man gar keine Chance, das zu retten. Und es sind natürlich auch Verwachsungen, die sich nach Kaiserschnitten bilden, die einfach auch zu Beschwerden führen. Also doch lieber erst einmal den normalen Weg versuchen. Ja. Also ich hatte auch heute gerade die Möglichkeit zur Visite, eine junge Mutter zu interviewen. Die hatte bei dem ersten Kind den Kaiserschnitt. Heute, also gestern, die normale Geburt. Die sagt, toll, viel besser als beim ersten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Interview. Danke sehr. Wir sehen uns wieder dann auf www.astlepios.com-nachtvorlesung oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.